Bikepark-Lehungang eine Woche nach Opening War auf jeden Fall ein richtig wildes Wochenende Es gab Cases Der Wind ist... Close Cores Dreck, die durch den Wind fast unfahrbar waren Aber trotz allem eine richtig geile Zeit mit richtig coolen Leuten Danke an alle die mit am Start waren, wir starten rein in das Video Keine Chance, gell? Aber gerne, grüßt euch! Willkommen zum neuen Video Wir sind heute im Bikepark-Lehungang Es geht so brutal so, vielleicht sieht man es unten Alle Parkplätze sind voll Die Lüfte lang ist schon wieder immens Heute haben aber beide Lüfte offen Und es geht bis ganz nach oben Wir fahren jetzt einmal bis zur Mittelstation Wir rollen uns jetzt einmal eine Runde ein Dann drehen wir uns oben Also da jetzt hier oben der Wind echt extrem geht und die Flying Gangster eine Jumpline über den offenen Berg ist haben wir uns jetzt aus windtaktischen Gründen dazu entschieden Erst einmal... Ihr könnt es jetzt einmal nicht heißen Erst einmal irgendwann zwei zum fahren Man merkt es ja hier schon Es freut Wir müssen jetzt einmal kurz einen Boxenstopp machen Weil meine Bremsbeläge hinten so ausschauen Das ist ein kleiner Klammer Da läuft schon die Bremsscheibe Da sieht man es wahrscheinlich dass schon Materialabtrag da ist Deswegen werden wir das jetzt einmal austauschen müssen Neue Beläge Galiferscheibe Ich wollte eigentlich Galiferscheibe und Beläge probieren Aber sie haben keine Galiferscheibe gehabt Also haben wir jetzt einmal die normalen Shimano Aber ich glaube es ist ganz gut Ich habe sie gerade einmal im Flat schon eingebremst So, Hot Shots Ich habe vergessen, sie sind schon zum zwingen Schlauberger Hinterrad am Arsch Der Wind ist Das war jetzt richtig blöd Ich habe echt einen blöden Schiss Ich bin die Strecke seit zwei Jahren nicht mehr gefahren Ich fahre wie ein Stümper Aber egal Es ist aber so, als dass sie mich zerreißt Los geht's Jawohl Langsam sind wir wieder drinnen in der Erdheim Sehr steil alle Muss man sagen Meine schönen Handgelenke Oh, da ist der Wind Ja Jawohl Ich habe keinen Platten Nicht, dass wieder der Rahmen ist Es hat sich so angefühlt, als hätte ich hinten einen Platten Aber Ich habe hinten keinen Platten gehabt Aber ich habe lieber mal nicht abgezogen Weil wenn du abzugst und hinten einen Platten hast Dann hast du ein Problem Okay Okay Flying cheap jetzt hast du mich wieder frei erwischt das ist einfach sinnlos nach diesem extrem close call ist jetzt auch noch die Batterie leer geworden also heute läuft es wieder am Schnürchen ach der Boner ist auch gesperrt der ist aber sausteil es ist heute ein gesperrt Tag oder was? vielleicht ein Rauschlag an alle die gerne ballern die das Video anschauen die jetzt vielleicht wieder sagen aber ab und zu, wenn so graus der Wind geht, wenn die Conditions nicht sind fragt es euch einfach was bringt es jetzt wenn ich mit dem Hubschrauber drin liege der war halt auch schon wieder ein, zwei mal am Start ab und zu ist es vielleicht auch schlau als Tipp für euch mal ein bisschen zu chillen vor allem am Anfang der Saison egal an welchem Park, am Anfang der Saison und so schießen sich immer alle weil die Männer sie können genauso weiter fahren wie sie mit der Aufklärung das nur mal so als kleiner Denkanstoß zwischendurch das ist Apfelschorle ich bin gegen Alkoholkonsum du auch oder? ja, das ist nicht gut nein das ist nicht gut Schollenberger hat es jetzt gestartet? jetzt läuft es die Kamera ist intelligenter als ich ich sag stopp, sie startet das ist auch nicht schwer also auch da kommt Gegenverkehr runter, gell? hallo was ist denn mit ihm? zu warten bis alle da sind? nee, gar kein Bock auf auf ich habe noch auf die anderen gewartet dass wir alle gemeinsam schön gemütlich losfahren können wir stehen hier richtig blöd alle miteinander fahren wir noch ein Stück bis zu den Wallrides oh gut, das habe ich jetzt nicht überrissen jetzt stehen wir schon wieder so saublöd hey Julia, sende die ist halt echt sehr ausgebummt die ist halt echt sehr ausgebummt hey Javi, Bock auf ein Schwabbelrennen? was ist ein Schwabbelrennen? wir nehmen Rücksicht auf Familien und Kinder wenn wir auf Kinder auffahren ist es zu Ende nur Bremse auf, kein Treten also jetzt auch ohne Treten losfahren? ohne Treten, wir machen kurz Bikestand und dann 3, 2, 1, go! scheiße, der ist einfach fetter als ich scheiße du hast es so gemacht und dann war der Wind das war meine überhebliche Hilfe ich habe dich selber gekillt gehen wir weiter? jetzt chill doch mal Gunther auf geht's so hey du hast du vor oder? ja ich bin nicht zu schnell oder ich springe die 3 die dann da in die Richtung vor zu kommen die springe ich nicht ach jetzt sagt er ich soll voraus fahren und dann fährt der Mensch ist komisch oh da bin ich schon wieder ne du hast ihn wohl du hast ihn das war ein bisschen das war ein bisschen das war ein bisschen Das war besser, besser ist noch nicht mehr. Aber es gibt so ein paar Sprünge hier drin, die fühle ich einfach nicht mehr. Ich bin einfach nicht gut gerückt dafür. Boah, der dritte war klaus. Ich habe die Katze gerückt. Noch mal so eine Ausdruck. Ich habe die Katze gerückt. Das war gut. Das war sehr gut. Schauen wir mal wie ich es fühle. Ich habe mir gedacht, Scheiß drauf. Den Cabin hat es nicht weggewacht, wird es mich auch nicht wegwarten. Ich bin gerade hyped. Das war gut. Das war sick. Wir werden jetzt gleich Premiere erleben. Es ist nämlich mein erstes Mal, dass ich ein Gunter Fahrrad fahren sehe. Warte nichts. Ich bin wahnsinnig schlecht. Das heißt, wir sehen jetzt alle das erste Mal ein Gunter Fahrrad fahren. Das ist doch gut. Let's go! und das war voll gut das war ultra skitzi oder? ne? das war ultra skitzi ich hab mich so unter Druck gesetzt gefühlt ach geh hallo der Wind ist schon heftig die Walls bocken so ein bisschen mehr treten musst du jetzt ein windfestes Wochenende das ist nicht mehr feierlich den ersten wenn du aus dem Tunnel raus kommst linksrum hast du ja diesen kleinen Table den bis kurz vor dieser leichte Linkskurve geschoben weil ich Wind von hinten hatte der ist sooooh die gehen echt da würdest du sterben wenn du dich abziehst ernsthaft lassen wir es krochen der ist so schön der ist aber aber die wöööööööööööööööööön mit der der die immer bei sind eigentlich Wahrscheinlich ganz geil, ne? Jo! Jetzt fahrt es ein bisschen tiefes Treten ab, oder? Ja, ich bin Phoenix. Das ist wohl nicht zu geplant, glaube ich. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert schon meinen Kanal, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus und wir sehen uns im nächsten Video, wahrscheinlich am Geistkopf. Bis dahin, macht es gut, habe die Erde.